Die Firma IDS aus Israel, Israel Defense Store, hat mir eine neue Produktlinie an Holstern zukommen lassen. Die Firma IDS ist aktiv auf YouTuber zugegangen, weil sie ihre Produkte auf dem Markt platzieren möchten. Und ich habe mich bereit erklärt, diverse Produkte zu testen. Ihr seht hier eine Auswahl der Produkte, die mir zugeschickt wurden. Wir haben hier auf der einen Seite ein Multipurpose Holster, wir haben hier das IDS Glock Holster, wir haben hier ein Magazin Pouch für Polymer Glock Holster und wir haben hier ein Level 3 Glock Holster sein. Alle Holster sind für die Glock, in diesem Fall für die Glock 17 und wir wollen beim Review einfach mal hier mit dem einfachsten anfangen und mit dem geilsten warten wir bis zum Schluss in irgendeinem Video in den nächsten Tagen. Wir fangen an hier mit dem IDS Glock Holster. Das ist ein Kunststoff-Glasfaser-Gemisch, wie auch immer, wie die üblichen Holster heutzutage gemacht sind. Kydex ist es nicht, es ist schon ein Kunststoff. Dieses Holster verfügt über keine interne Sicherungssysteme. Das heißt, wir haben hier keinen Knopf, gar nichts. Die Waffe wird einzig und allein durch Spannung des Holsters gehalten, beziehungsweise durch diese Klammer hier drin. Durch diese Schraube, Imbus, Imbusschlüssel ist im Lieferumfang bei allen Produkten enthalten, kann ich den Ziehwiderstand und den Haltewiderstand natürlich entsprechend einstellen. Geliefert wird dieses Holster mit einem Kunststoff-Paddle, das auch hier über diese Verzahnung hier eingeschränkt rotiert werden kann. Das heißt, wir haben hier diese drei Schlitze und wir haben hier auf der Rückseite zwei Imbusschrauben. Die eine geht durch die Mitte und die andere, je nachdem in welchem Winkel man jetzt dieses Paddle positioniert, positioniere ich die untere Schraube und habe selbst dort dann noch ein bisschen Rotation. Diese Verzahnung auf der Rückseite dient nochmal der zusätzlichen Fixierung, damit das auch an Ort und Stelle bleibt. Optionales Zubehör gibt es zum Beispiel hier dieses Beltloop. Das gibt es auch als ein Low-Ride Beltloop, das also das Holster nach unten lässt. Das ist dieselbe Montage wie jetzt hier auf der Oberschenkelplattform, nur dass die Oberschenkelplattform jetzt hier, da sind die ganzen Gurte mit dran etc. Aber diese Grundplatte hier ist die, soweit ich das beurteilen kann, dieselbe wie das Low-Ride. Ich habe bei dem Beltloop natürlich auch die Möglichkeit einer eingeschränkten Rotation. Das heißt, ich kann es im Bereich dieses Schlitzes hier, dieses halbrunden Schlitzes auch entsprechend in der Neigung anpassen. Die Passform der Glock 17 ist absolut hervorragend. Also da wackelt nichts groß, die sitzen wirklich schön presst drin. Ist eine super, super Passform, muss man ganz ehrlich sagen. Preislich liegt das IDS Glock Holster bei 29,90 Euro roundabout. Deutsche Quellen gibt es so in der Form noch nicht direkt. Die sind im Moment im Aufbau. Ihr könnt aber die Holster direkt bei IDS im Laden in Israel bestellen. Und so wie ich das auf der Seite gelesen habe, weltweit kostenfreier Versand. Und bei 30 Euro kein Problem. Das einzige, was passieren kann, das ist nämlich mir natürlich passiert bei den Holzern, die mir zur Verfügung gestellt wurden, dass ich auch das Hauptzollamt meiner Region tingeln musste, um sie abzuholen und dann halt die Verzollung bezahlen musste. Aber ich glaube, bei 30 Euro liegt man sowieso irgendwo unterhalb des Freibetrages. Also von daher sollte es auch kein großes Problem sein. Ich werde dieses Holster natürlich auch mal im Training testen oder gegebenenfalls beim nächsten Ranglisten tun. Ich muss mal gucken. Das steht ja jetzt im Oktober auch an, wie ich halt dazu komme. Alles in allem macht dieses Holster einen sehr guten Eindruck. Es gefällt mir sehr gut. Allein schon die Passform. Wie gesagt, hier wackelt und schlaggert nichts. Man hat auch hier oben für die Aussparung, für die Kimme, da ist genug Platz, dass also auch ein höheres Korn durchpasst, ohne zu schaben. Und von daher muss ich ganz ehrlich sagen, mein erster Eindruck ist absolut positiv. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie sich dieses Holster im Live-Betrieb verhält und werde natürlich auch davon berichten. Für diejenigen von euch, die gerne durch Amazon stöbern, werden diese Holster wiederfinden. Auch auf dem deutschen Markt. Und zwar unter dem Namen Orpaz. O-R-P-A-Z. Orpaz und IDS sind quasi dasselbe Unternehmen. Orpaz macht primär den Vertrieb Amazon und USA. Und IDS macht den restlichen Vertrieb. Ich gehe ganz stark davon aus, dass IDS auch auf die Amazon-Schiene hier durch diverse Händler über kurz oder lang eintrudeln wird. Wenn ihr die IDS-Produkte im Laden bei IDS direkt bestellen wollt, wäre es sehr schön, wenn ihr einfach nur einen kurzen Hinweis geben könntet, dass ihr aufgrund meiner Empfehlung oder aufgrund des Videos auf die Produkte geschossen seid. Dass ihr einfach nur sehen könnt, dass es funktioniert. Israel Defense Store machen auf mich auf jeden Fall einen guten Eindruck. In diesem Sinn, macht's gut. Achtung. Töne auf die Abwehren. Was ist frisch. Und dann stecke dich im Laden. Dann stecke dich zum liv. Vielen Dank.